Heute geht es um meine Meinung, künstliche Intelligenz und der Datenschutz. Wenn es dich interessiert und du mitreden möchtest, bleib dran, los geht's nach dem Intro. Zuerst mal vorneweg, ich bin kein Datenschutzbeauftragter, ich bin kein Jurist, ich bin Medienpädagoge, der sich seit vielen Jahren mit dem Thema Datenschutz in einer digitalisierten Gesellschaft beschäftigt. Und ich begegne diesem Thema auch ganz oft auf unterschiedlichen Ebenen und ich habe eine Meinung dazu. Und wenn du eine andere Meinung hast oder der gleichen Meinung bist, lass uns darüber diskutieren, denn ich finde es total wichtig, auch in einem konstruktiven Rahmen über KI und Datenschutz zu diskutieren. Ich habe ganz viele Fortbildungen in den letzten Jahren zum Thema KI auch angeboten und in fast jeder Fortbildung kommt dann natürlich die Frage, wie sieht das mit dem Datenschutz aus. Ein ganz wichtiges und berechtigtes Thema. Was mir aber Sorge bereitet, ist, dass vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern meiner Kurse per se die Nutzung von ChatGPT aus Datenschutzgründen untersagt wird, weil dann eben die Datenschutzbeauftragten sagen, das verstößt gegen die DSGVO. Und wenn ich so ein bisschen mal auf YouTube stöbere, mich ein bisschen schlau mache, mir Videos dazu angucke, dann finde ich auch ganz schnell Privacy-Experten, die auch generell die Nutzung generativer KI aus Datenschutzgründen per se ausschließen. Finde ich den falschen Weg, die falsche Vorgehensweise und ich möchte euch auch gerne erklären, warum. Denn zum einen Mal, wann tritt dann Datenschutzrecht überhaupt in Kraft oder wann wird die DSGVO oder die Datenschutzgrundverordnung überhaupt relevant oder aktiv? Nämlich dann, sobald personenbezogene Daten erhoben verarbeitet werden, wenn es um personenbezogene Daten geht. Umkehrschluss, wenn ich jetzt nicht mit personenbezogenen Daten arbeite, ich einen Bericht mir erstellen lasse, mir einen Text, wo keine personenbezogenen Daten drin sind, zusammenfassen lasse von ChatGPT oder mir einen Sachbericht für ein Projekt schreibe, wo keine personenbezogenen Daten drin sind, warum soll das denn eine datenschutzrechtliche Relevanz haben? Das verstehe ich nicht. Wenn ihr das so seht, schreibt es bitte in die Kommentare. Es macht vorneweg ja erstmal einen Unterschied, ob ich zum Beispiel ChatGPT für mich alleine nutze oder ob ich es mit einer Gruppe nutze, zum Beispiel als Lehrer mit einer Schulklasse. Weil da zwinge ich dann im Prinzip die Schülerinnen und Schüler, das auch zu nutzen. Ich zwinge auch sie, ihren Account anzulegen, ihre personenbezogene Daten auch mit einzugeben in das System. Und da macht es natürlich dann auch Sinn, auf DSGVO-konforme KI-Systeme zurückzugreifen. Da gibt es eine ganze Menge. Ich will jetzt kein Einzelnes empfehlen, aber wenn es euch interessiert, einfach mal Google-Suche bemühen. Da finden sich auch KI-Systeme für Schule, die der DSGVO entsprechend auf deutschen Servern gehostet sind. Wenn ich aber in meinem Arbeitskontext sehe, ich mich bei ChatGPT anmelde, ist das ja erstmal meine Entscheidung, meine dienstliche Mail-Adresse oder auch eine private Mail-Adresse anzugeben, dass meine IP-Adresse übermittelt wird. Das kann ich selber entscheiden, wenn ich das möchte. Wenn ich aber ansonsten keinerlei personenbezogene Daten verarbeite und auch Texte, die ich vielleicht hochlade, im Vorfeld anonymisiere, wo ist denn dort die datenschutzrechtliche Relevanz? Und was den generellen Ausschluss von KI-Systemen anbetrifft, selbst wenn ich personenbezogene Daten bearbeiten möchte, gibt es ja immer noch die Open-Source-Alternativen. Hier hatte ich meinem Video GPT for All vorgestellt, lässt sich lokal auf dem Rechner installieren und braucht keine Internetverbindung. Die komplette Datenverarbeitung findet lokal statt. Es wird nichts weitergegeben. Oder nehmen wir das Beispiel Transkription eines Meetings. Da macht es einen großen Unterschied, ob ich zum Beispiel bei Zoom die Transkription benutze und über die Zoom-Server dann auch gespeichert wird, wer zu welchem Zeitpunkt was sagt. Oder ob ich zum Beispiel ein Open-Transkriptionstool wie Whisper, habe ich auch mal ein Video dazu gemacht, lokal auf meinem Rechner mitlaufen lasse, wo eben die Verarbeitung hier lokal stattfindet. Persönlichkeitsrechte jetzt mal vorneweg. Ich gehe mal davon aus, ein Verständnis und so sollte da sein. Es ist ja klar, dass man nicht einfach so Meetings mitschneiden kann. Aber worauf ich hinaus will, es gibt Szenarien, da ist Datenschutz sehr, sehr sinnvoll und auch wichtig. Es gibt Szenarien, die haben überhaupt keine datenschutzrechtliche Relevanz. Aber man kann nicht alles über einen Kamm scheren und einfach sagen, KI-Systeme sind verboten, sind untersagt. Dazu kommt ja auch noch, wir haben ein einheitliches europäisches Datenschutzrecht, aber irgendwie interpretiert jeder diese DSGVO unterschiedlich. Das sieht man zum Beispiel auch daran, dass die einen Bundesländer zum Beispiel, dass in denen Zoom erlaubt ist, in den anderen ist Webex erlaubt und Zoom verboten. Die dritten, die haben dann Teams und da ist dann Office 365 erlaubt, aber Webex verboten. Ja, wie kann das sein bei einer europäischen einheitlichen Datenschutzlinie? Klar, das ist ja eine rhetorische Frage, werden jeweils mal interpretiert. Ich ermutige euch jedenfalls, wenn ihr in eurer Einrichtung KI nutzen wollt, schaut bitte im Einzelfall. Arbeitet ihr mit sensiblen oder personenbezogenen Daten? Wenn nicht, ist das eine hervorragende Argumentation oder Gesprächsgrundlage mit eurer IT-Abteilung, mit dem Datenschutzbeauftragten für die Nutzung von generativer Text-KI. Und wenn doch, ja, und ihr es trotzdem braucht, dann informiert euch über Open-Source-Alternativen, die lokal auf dem Computer laufen. Wie gesagt, meine Meinung. Habt ihr eine andere Meinung? Habt ihr die gleiche Meinung? Schreibt es in die Kommentare. Lasst uns ein bisschen darüber diskutieren. Vielleicht habt ihr ja auch ganz fundierte Informationen dazu. Würde mich sehr freuen, von euch zu hören. Ansonsten erstmal alles Gute und bis bald. Tschüss. B Diane B Diane BА B逆 B B B B